Hallo und herzlich willkommen bei der www.keemreelsakademie.de. Lieber Ralf aus Berlin, dieser Power-Tipp ist unter anderem für dich und für alle anderen natürlich auch. Ganz speziell. Was war der Inhalt der Frage? Also, er möchte gern in einem vorhandenen MIDI-File seine Registrierung unterbringen. Beziehungsweise nicht die Registrierung, sondern die Klangfarben für die Parts 1, 2, 3. Und das möchte er nicht nur einmal haben am Beginn, was kann man da machen, sondern auch während des Stückes. Also sprich, wenn die Strophe beginnt, der Refrain sich ändert, man will den Takt 40 und so weiter. Also er möchte zwischendrin die Klangfarben, die für die Tastatur gedacht sind, umschalten. Über das MIDI-File. Und das machen wir jetzt. Ich habe jetzt mal ein ganz einfaches MIDI-File rausgesucht. Also was heißt einfach? Nicht einfach, sondern wenig Klang. Und lizenzfrei. Ja, das habe ich selber gemacht. Das ist aus dem Bach, Best of Bach. Adagio. Und das ist nun ein Klavierstück. Deswegen können wir nebenbei schön drüber herreden. Und die Takte sind ganz langsam. Deswegen kann man das gut zeigen, dass man eben taktweise die Klangfarben ändern. Und das machen wir jetzt mal. Also, der Hintergrund ist ja der. Wir haben jetzt eine Klangfarbe ausgewählt über eine Registrierung. Normalerweise würde man es ja so machen, dass man mit der Registrierung auch den Song lädt natürlich. Aber gleichzeitig natürlich auch während des Stückes, während das MIDI-File läuft, die Klangfarben manuell umschaltet. Und das möchte er eben nicht. Aber am MIDI-File, dass im MIDI-File der Klang gewechselt wird. Während des Live-Spiels. Genau. Ja, das kann man ja machen. Also, das machen wir jetzt. Wir müssen also folgendes machen. Wir haben das MIDI-File hier. Die Klangfarben haben wir hier schon vorbereitet. Ich habe das einfach mal der optischen Klarheit auch mal so gemacht, dass man auf 1 einen Part hat. Auf 2 2. Und auf 3 insgesamt 3. Dann kann man das gleich auch sehen, dass die Sounds auch mit umgeschaltet werden. Ja. So, das zur Vorbereitung. Jetzt geht es rein in den Editor entsprechend. Also über die Menü-Taste, Menü 2 und dann brauchen wir hier den Song-Recording-Bereich. Kann man so auswählen. Natürlich auch über die Recording-Taste. Das geht genauso. Also, hier ist der MIDI-Bereich. Multi-Recording. Das ist das Stichwort. Automatisch wird der Song geladen, weil wir den ja vorher schon ausgewählt haben. Adagio, da haben wir es. So, und wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir wollen zum Taktbeginn, also zum Songbeginn, die erste Klangfarbe starten. Also sagen wir ihm das jetzt schon. Klangfarbe 1 ist ausgewählt. Die Oboe. Und wir müssen jetzt Folgendes machen. Setup drücken. Dann hier unten Keyboard Voice auswählen. Das ist jetzt wichtig. Alles andere kennen wir, wenn wir MIDI-Files bearbeiten. Program Changes eingeben, Volume ändern und so weiter. Für die 16 MIDI-Spuren ist das dann relevant hier oben. Das hier ist ergänzend dazu und bezieht sich eben auf diese Spielparts. Keyboard Voice, wir sagen ja sonst eigentlich, normalerweise macht man das nicht, weil man das immer aufwendiger rausoperieren muss. Aber das geht auch alles. Machen wir jetzt gleich mal. Also, das ist zur Vorbereitung. Keyboard Voice ist ausgewählt. Wir drücken Execute. Das war der erste Schritt. Jetzt können wir gleich wieder raus hier. Close. Jetzt wollen wir den zweiten Klang unterbringen. Und zwar im zweiten Takt. Sollte schon wechseln. Ich drücke hier drauf. Gebe den zweiten Takt ein. Hier ist hier unser Zellwerk. Also haben wir jetzt den zweiten Takt. 2.1 wählen den zweiten Sound aus. Jetzt haben wir Oboe mit Focot drunter. Die möchte ich jetzt unterbringen. Exakt im zweiten Takt. Wiederum Setup drücken. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit unterzubringen. Nämlich unsere Klangfarben. Ja, ich verstehe. Aber jetzt musst du Execute drücken und er merkt sich das. Er merkt sich das. Execute. Das ist ja easy eigentlich. Jetzt kommt irgendwie so eine 0 und 1er Geschichte. Ja, wir wollen ja gleich auch noch die wieder rausoperieren. Ja, das kriegen wir alles. Ich bin ja auch da. So, du bist auch da. Super. Nummer 3. Ausgewählt. Und wir wechseln in den dritten Takt. Können ja auch hier navigieren. Das geht auch. Aber hier 3.1. Und jetzt musst du wieder auf Setup. Setup. Richtig. Und ja, genau. Keyboard Voice ist ausgewählt. Execute. Und er schreibt jetzt einen Sys-Extrang in das MIDI-File hinein. Und das müssen wir uns gleich mal angucken. Erst wollen wir aber mal schauen, ob es überhaupt geklappt hat. Habe ich jetzt Execute gedrückt? Habe ich, ne? Ja. Aber du kannst ja auch viermal drücken. Ja. Das ist interessant. Also jetzt kann ich ja von hier aus Close drücken. Wenn man das gerade nicht gesehen hat, dann macht man das sicher jetzt aber nochmal. So. Zurück zum Anfang. Also sprich Takt 1. Wir können natürlich auch hier einfach Stop drücken. Das ist das Gleiche. Und jetzt verfolgen wir das mal. Wir können hier schon mal schauen. Und ich starte jetzt das MIDI-File. Kann ich hier. Wir sind ja noch im Editor drin. Und ich starte jetzt von hier aus also. Nicht dort. Das geht nicht. Sondern hier schon mal im Editor, ob es überhaupt alles geklappt hat. Also wir starten jetzt. Play. Jetzt können wir das beobachten hier. Zwei. Der dritte Takt. Das ist ja wie Magie. Das ist der dritte Sound umschalten. Der dritte. Da ist er. Genau. Das heißt, ich brauche mich jetzt hier gar nicht mehr darum kümmern, irgendwie einen Sound auszusuchen, sonst macht das das MIDI-File für mich. Richtig. Und wichtig zu wissen, es wird jetzt nicht die Registrierung geschaltet, sondern tatsächlich der Inhalt der Registrierung. Also die Panel-Voices als solches. Ja. Jetzt als letzten Schritt natürlich ganz wichtig. Wir müssen das Ganze nochmal abspeichern. Save. Und dann Save here. Save here. So. Weiß ich, was hat das nicht gemacht? So. Ich habe das gerade mal vorbereitet. B. Das überschreibe ich jetzt einfach mal. Hat ja jetzt auch geklappt. So, raus da. Aus dem Sequencer. Und jetzt haben wir ja den Song auch gleichzeitig geladen. Der ist ja jetzt noch aktiv. Hier sehen wir es auch. Adagio 975b in der bearbeiteten Version. Und jetzt können wir natürlich auch mitspielen. Also darauf müssen wir jetzt nicht achten, sondern das macht jetzt alles hier das Keyword intern. Ich zeige das nochmal. Wir laden jetzt mal direkt von hier aus eine leere Bank. Jetzt haben wir hier nichts mehr drin. Okay, das ist gut. Und jetzt können wir es nochmal sehen, ob es auch geklappt hat. Ich spiele mal ein bisschen mit. Dann hören wir jetzt auch diesen Aufbau. dass die Klänge sich auch tatsächlich ändern eben. Gute, gute Lösung. Genau. So, das ist jetzt die Geschichte. Jetzt haben wir also drei Klangwechsel in drei Takten untergebracht. Jetzt die Frage, jetzt gefällt uns das nicht. Das, ich hätte jetzt nicht... Jetzt gehen wir hier in den Saxophon. In Saxophon. Als drittes zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Das heißt, wie kriegen wir denn diese Einstellung wieder raus? Das ist ja genauso wichtig. Also, jetzt geht es weiter. Menü. Und wir gehen wieder über Menü 2 in den Song Recording Bereich. Und wieder auf Multi Recording. Und ich hatte gerade schon gesagt, das sind ja SysX-Einträge, die wir gerade abgespeichert haben. Also können wir jetzt über StepEdit hier oben den passenden Kanal auswählen. Beziehungsweise keinen Kanal, sondern den Bereich für SysX. Und das sehen wir hier, wenn wir auf die Seite 2 von 3, 3 von 3 und hier unten sehen wir SysX. Okay. Das müssen wir uns anzeigen lassen. Und jetzt können wir auch diese Einträge wiederfinden. Wir sehen hier Meta-Events in Takt 2 und in Takt 3. Und wenn wir uns diese Zahlenkolonne quasi merken, aufschreiben, was weiß ich, dann finden wir die natürlich auch an allen möglichen Positionen wieder. Denn das sind genau diese Einträge, die wir da vorgenommen haben. Und wenn wir die rausschmeißen, hier oben ist ja noch einer eben, der im vorderen Bereich ist. Wenn das mit FF7, F4, 3, das ist glaube ich immer, glaube ich, ne? Und dann die letzten Zahlen sind dann entscheidend. Die gehen ja noch viel weiter. Das zeigt ja gar nicht alles an. Muss man ja auch gar nicht wissen, was das für eine Bedeutung hat. Man muss nur wissen, dass es die sind. Genau. Wenn man hinten liest 70, 66, 46, dann ist es das, nicht? Ja, ja. Jetzt können wir die von hier aus löschen. Zack, Delete. Gehen wir nochmal runter. Den nächsten auch. Wir schmeißen alle raus. Man kann ja auch zum Beispiel immer hier gucken, weil das sagst du ja bei 3. Ja. Da muss es dann irgendwo sein. Da muss er sein. Wenn du jetzt bei 54 bist, dann musst du irgendwo bei 54 gucken. So ist es. Ja, ja. Ganz genau. Ja, okay. Richtig. Da können wir ja auch ganz zielgenau hinfahren. Ja, genau. Dann nach hinten. Genau. Also von hier aus wieder löschen. So, jetzt ist das Ding wieder weg. Und ja, jetzt würde eben nichts passieren. Jetzt lassen wir mal kurz laufen. Und wieder hier gucken, ne? Ja. Jetzt kommt gleich der zweite. Es passiert nichts. Da müsste jetzt die Tasse schon leuchten. Ja. Das ist also gut, dass jetzt nichts passiert, ne? Das ist gut. Wir haben die gelöscht. Das soll jetzt auch nicht so sein, ne? Ja. Ja, super. Das ist der Weg, um diese Sys-Ex-Informationen wieder rauszuschmeißen. Was auch noch geht, wenn man sich das rauszulöschen sparen will und man möchte einfach wirklich an der gleichen Stelle tatsächlich eine andere Klangfarbe über die Registrierung vorbereiten, kann man auch einfach an die Stelle navigieren und punktgenau an dieser Stelle das alte Event überschreiben. Okay. Das funktioniert auch. Das ist also noch einfacher dann, ne? Ja. Genau. Okay. So kann man das machen. Super Idee. Also es muss jetzt nicht hier Adagio sein, sondern es kann auch ein Schloss am Wörthersee sein. Zum Beispiel. Ein schönes Lied übrigens. Nach deinem... Nach meinem Geschmack. Nach deinem Geschmack. Helene Fischer. Aber das war nicht ganz so nervig. Das war nicht so laut. Ja, 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 ja. Da kann man nie mal reden. Ja, genau. Ich bin auch gerade an einer neuen Software dran, sogar an zwei, ne an drei. Und eine ist davon richtig hier Alama. Alama. Ja. Da ist richtig, da wird das Tanzbein geschwungen. Auch wenn es nur ein Hinkebein ist. Das ist egal. Selbst du würdest tanzen. Ja, ja, ja. Da musst du ja mal was ganz gewaltig Tolles eingefallen sagen. Es ist nicht ein Schloss am Wörthersee. Okay. Okay. Geht mal gerne auf die Seite www.keioguizakonomi.de. Auch dort haben wir ein Forum. Dort könnt ihr immer eure Fragen reinstellen. Oder kommentiert mal unter diesem Video. Hey, ist das was für euch? Ist das... Wusstet ihr das schon? Kann man auch mit anderen Keyboard-Modellen genauso machen? Ja, ja, ja. Das Prinzip ist das gleiche. Genau. Ansonsten schreibt gerne auch nochmal eure Ideen oder was ihr euch wünscht. Ich würde ja mich freuen, wenn ihr euch nochmal irgendwas solider wünscht, die wir nochmal so nachbauen. Das finde ich immer cool. Ja, machen wir auch. So ein bisschen so Plattenkiste-mäßig, ja. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Dann sagt Dennis von Reiner von der www.keioguizakonomi.de. Ciao, ciao. Tschüss.